Ja, den Teller in Händen, was ist das für ein Gefühl, Lokiert? Ja, ist ein gutes Gefühl. Der Pokal wäre mir natürlich lieber gewesen, aber der Zweite ist natürlich auch gut und eine super Woche. Was war jetzt dein Resümee von deiner Woche Grenzler im Premier? Ich glaube, man kann ja doch zufrieden sein. Ja, ich bin auf jeden Fall zufrieden. Einzel hätte ich dann vielleicht ein bisschen besser springen können gegen Milojevic, aber Doppel war auf jeden Fall eine gelungene Woche und dem kann man aufbauen. Was sind deine Ziele jetzt für die Zukunft? Ja, jetzt geht es einmal heim, noch trainieren, dann halt die guten Lebens heuer, alle, und dann bei den Herren so gut wie möglich einsteigen schon heuer. Du bist erst 16, hast noch eine große Zukunft vor dir. Was möchtest du mal erreichen? Ja, ich glaube, der Traum von Leben ist Nummer 1 von der Welt werden und auf das wird halt natürlich jetzt hingearbeitet. Da wünschen wir dir das Allerbeste dazu. Danke. Gratulation nochmal zu der Superwahl. Danke.